So jetzt wieder meine Wespendings da am Balkon. Ich hatte ja am 15. August gesagt, es sind keine Wespen mehr da und seit einer Woche sind wieder welche da. Nach zwei, drei Wochen waren wieder welche da. Jetzt haben wir den 12. September und jede Menge Wespen. Ich hatte gestern einen Riss von Bienen rein getan, die Süße. Und jetzt sind bestimmt 20, 30 Wespen da. Nicht schlecht. Das ist jetzt wahrscheinlich ein anderes Vorgang. Das andere war tot und jetzt da waren ein, zwei Wochen keine Wispen da und jetzt seit zwei Wochen sind wieder Wispen da. Heute bin ich am 12. September. Ich habe mich gespannt, wie lange die noch da sind. Wie lange es noch Wispen gibt hier in Deutschland dieses Jahr.